Jawoll! Weiter geht's. Fein, 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 fein. Sehr gut, komm schon. Gleich kommt die Schatztruhe. Wenn wir noch die vierte Reihe unten vollkriegen, kommt die Schatztruhe. Dann öffnet sich die erste. Komm schon, letzter Re-Spin. Mach! Schade. 53 Tage mitgenommen, fast Cashback. Ist für mich, kaufe, kaufe, Papa, Papa, nochmal kaufe. Nächster Versuch, rein da, ab geht's. Ja, das macht's heute. Hoffen wir's. Marco, grüß dich, mein Lieber. Schön, dass du auch da bist. Marco, die schließe ich auch zum ersten Mal. Schau, dass du bist. Marco, die schließe ich auch zum ersten Mal. Schau, dass du bist. Ich weiß nicht, der Markus da, deswegen sag ich's. Ich drück. Oh, da ist Mädel. Sehr schön. Überall noch X3er drauf. Ach Gott, ach Gott, die gibt aber Küsschen. Danke. Danke. Alter, noch einer. Noch so ein Banditerhaus. Alter, da kenn ich nicht wieder alles zusammen. Sehr schön. Alter, was sind wir für ein X3er drauf? 134? Mach das Bild vollkommen. Jawohl, noch eine Karotte. Gönn, mach's voll. Gönne. Mach sie auf die Schatz drauf. Re-Spin, komm schon. Jetzt aber. Liebe Zeugen und Zeuginnen, die, die es noch nicht getan haben, klickt auf Gefällt mir und liked den Stream. Auch mit den Daumen. Like. 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 Komm. Letzter Re-Spin. Komm schon. Mach das Ding voll. Gönn. Ja. Schließt die Kurve. Alles X3. Sehr schön. Alter, 411 X. Pass auf, Achtung. Ach du Scheiße. 411 Tage haben wir mitgenommen. Bonus Panis. Geil. Geiler Win. Der hat jetzt ordentlich geschmeckt. Fantastisch. Brutal. Ich sag's eigentlich. Das hat jetzt gut getut. War notwendig für die Seele.